So, jetzt sind die ganzen Sachen da, die Kamera und alles ist geliefert. Und wir drehen jetzt den Kajak Motivationsfilm und jetzt packen wir erstmal die Kamera aus und dann müssen wir alles umbauen, weil hier im Esszimmer wird das Schlafzimmer sein. Alles leergeräumt. Jetzt ist schon weiter vorbereitet. Jetzt geht's los. Ich versorge natürlich, die beste Kuchen am Bauch. Versorgungstisch. Du schläfst doch nicht so. Aufwachen nicht. Du bist voll überlichtet. Ich muss schwitzen. Ich denke, warum musst du schwitzen? Weil ich gleich Liegestütze machen. Ich muss mein Gesicht, glaube ich, waschen. Gesicht muss ich waschen. Das ist die Kreativität von Lippo Mord. Guck im Spiegel komplett rein. Er kommt. Er kommt. Sitz! 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 Aufgestiegen zum Megafonness. Voll schwer den Fokus zu kriegen. Ich glaube du solltest auch absteigen. Einmal wieder ein Gestiftes. Mehr, gleich gibt es Kartoffelsuppe als weinig. Gibt Kartoffelsuppe, schwebt. Arme? Ein ernstes Thema? Die Kartoffelsuppe wird gerade gemacht. Ja? Alle sind aufgekratzt auf der Sprache. Der Licht. Wie oft trainieren sie? Puh, das kann ich gar nicht mehr erzählen, oder? Ne, dreimal am Tag schon. Jetzt musst du mal dreimal sieben rennen. Das Wasser muss gefaked werden. Weil er ist nicht drauf. Der Licht. Das Wasser muss dann sehen. Der Licht. Vielen Dank.